Ich weiß nicht warum ich heute den Zieg gespielt habe, aber ich kann natürlich nichts. Ey Bojan, die hat zwar wirklich eine neue Nummer, das? Was? Ja, es war wirklich eine neue Nummer, das? Wer? Ja, wer wohl? Wannabe. Eigentlich Wannabe. Wer dann? Berate doch mal. Ja, was weiß ich wer? Hast du mich doch letztens gefragt, was mit der ist? Ach, Mundpanel. Willst du mal aufkommen zu werden? Warum spielen die Creative? Hallo? Hallo? Warum spielen die Creative? Auch schön. Auch sehr. Oh ja. Blind. Die hat ihr in ihr Status gemacht, ich hasse mein Leben wegen einer Person. Und wer? Keine Ahnung. Ich hab gefragt, sie in welcher Person und sie... Was? Was hab ich hier gemacht? Wegen ihr kann's jetzt nicht sein. Wegen ihr kann's nicht sein. Wegen ihr kann's nicht sein. Ja, aber wegen mir, wegen Hellauffeld. Nee. Wegen wem dann? Keine Ahnung. Ich glaub nicht, dass du das bist. Ich bin safe. Ich frage, was hast du eigentlich getan? Oh, der Handyspiel hat nicht eingeladen. Mal 22 Loob. Hieß du da jetzt rein? Hey, ich dachte nein. Und wir beleidigen den. Bist du live oder hast du oft gemacht? Ich glaub den Loob hierzahlen. Hallo? Hallo? Husten. Warte mal. Warte mal. Warum ständig anonym? Ich bin anonym. Junge. Ich hasse diese Leute, die Campen. Aber ich hab schon ein bisschen A-Bot. Ja schon. Wie gesagt ihr immer, dass ich A-Bot habe, wo ich nicht ganz normal das A-Bot habe. Ich hab A-Bot, aber ich verkannt trotzdem die ganze Zeit. Auf eine Stunde mehr. Das steht noch bei mir. Ich schwöre sogar, ich hab grad nur Headshots gegeben. Oh ja sogar, ich hab A-Bot mit Scar. Du musst es mal auch einstellen. Ich hab mega A-Bot gerade. Wie stellt man das ein? Ach, du darfst dir mal auf den Amo. Ehrenlos erkennt mich und ich hab keine Waffe. Ich hab das gleich, ich hab größter A-Bot der Welt. Ey, er kümmt mich nicht, Eric. So, ich mach'n. Ja. Ich brauch' hier den Entschuld. Ich sehe den Sturm. Ja, der ist tot. Ey, der eine hat mich grad nicht gekillt, weil ich keine Waffen hatte. Und da habe ich mich bekommen mit Schott. Ja, und dann kommt da noch ein Funky, weil die neue Huren soll, ne? Da ist so ein Dynamo. 1,87 Headshots. Komm, sag mal, wie hast du das gemacht? Komm, sag mal, wie hast du das gemacht? Okay, okay. Ich versuch' grad wieder, ob mit welcher Lauf ich ein Wort hab. Dann sag' ich dir. Mit MP, sag' ich sag' Mit MP, sag' ich sag' Mit MP hat man mal ein Wort. Die Dynamo, oder die Dynamo? Sag' mal, wie hast du ihn gemacht? Sag' mal, wie hast du ihn gemacht? Ja, dafür musst du tausend Sachen einstellen. Ach so, wahrscheinlich, äh, Kontrolle. Ja. Also, ich hab' ich gesehen. Ach man, Digga, ich hab' gar keinen mehr. Was ist für ne Scheiße? Und dann kämpfen die alle noch. Am Camp sind die alle noch. Soll ich auch komplett spielen, oder was die kleinen Piss hast? Dann hast du dich komplett aus. Guck mal, wenn du mal so. Guck mal, wenn du die Sense richtig einstellst. Ich hab' richtig krass AIM mit Digga. Also ist das... Ich bin heute halt alle mit Digga. Oh, 200 HATCHOT geil. Nur PAM brauchst du ja eigentlich keine AIMBOTs. Weil du siehst ja eh nicht mit PAM. HATCHOT Bitch. Ich bin gerade alle auseinander, voilà, voilà. Ich bin der allerbeste. Ich bin gerade alle auch auf meine nur 200 HATCHOT. Ich habe ein richtiges AIMBOT. Richtiges. Die Team, die Team, die Team, die Team. Ziel an uns. Nur diese lebende Frau jetzt... Ä segu facts. Der wird grad nur HATCHOT. Aberiberal Hans von ihr damit kommt ins Spiel. 1,2,3,4,3,4,3,3,4,4,7,4… Ich hab' diesen HATCHOTASS Das ist der Ehremann. Weil wer mich nicht gekürzt hat. er ist der ehremann der fischend dieser dieser nicht der fisch das ist diese dunkle rote ritter rinder die habe ich schon die ganze zeit gekillt ich versuche jetzt wenn sie auch so einzustellen dafür sind sie aus dem haus dafür kontroller wenn sie das geht mit pc es geht mit allen diese möchte gern war oder schlecht ist die aktie gefägt 14 kürzern ich habe zu tun was er ändert sich gleich es ist ja egal weil ich habe einen Monat gemacht der anderen auch und dann habe ich alle Worte gemacht und dann ab 15 ich habe ja ich habe den Kurs Entschuldigung ich habe 17 schon ja du hast auch früher angefangen okay sorry aber ich bin gerade der beste Spieler der Welt aber ich werde ich glaube ich habe ich glaube ich auch nicht picken weil du bist auf pc spiel hält schluss auf pc du hast da der beste spieler das kann ich auch einstellen auf pc ja das muss man sich nein das ist ja nur sein sie was sagt xy-Achse muss ich auch einstellen ziele empfindlichkeit xy-Achse und das war schon einstellen konnte ich jetzt kommt mit spiel da habe ich gar keinen bock nach vorkommt willkommen ist einfach eine dreckswaffe und alle bots spielen komme da bist du ja ein junger die kennen die die team bei der fläche hoch und ich glaube ich glaube ich bin mit dem anderen sohn ja ich bin doch gerade mit dem das gibt mich aber nicht weil das war klar ich muss ihn kurz killen warte mal kurz nicht weil ich dich zuerst krill nein ich darf ihn jetzt killen bauten fack jetzt nicht ab warum hat er was wir bei dem team aber das eben hat auch was man baum verändert hast du die geld ja klar das war die sind da hinten pushen verbockt glaubt die team jetzt ich bin so gut gerade ja ich bin so gut gerade ich habe ja ich bin so gut gerade ja ich bin so gut während ich habe ein gut eingestellt damit du bist du zugehört gibt fast nur hat trotz mit meinen einwand was ich eingestellt hat gibt es so fast nur hat trotz du bekommst gibt es keine baby jetzt aber das ist mein alter schon aufgelassen als die ich habe mir das hier auf 329 gemacht und das war auf 321 ich habe die wachsiebzeuge von der führung gegeben ich habe ihn hobs genommen die beruhung mit schwarzen muss man kommen doch er wird die Partie keine Babys mehr 2 3 es wird weil die Zerbücher die Wieswürden ist eingestellt was Prozent nur das hier das ja hier dieses das ist kein farbenblindheit doch ich habe auch andere sachen wir trotzdem ist das hier also hier bewegungsschärfe habe ich angebracht bewegungsschärfe habe ich aus das hat ja das hat wir auch wegen ich habe schon die schaffte ich aus ich mache mal aus wie das eigentlich rollen er war ein bisschen ich komm zu dir der dass sie gerade gefestet ich bin bei dir er und nicht mal in der Natur es geht bei der Anwendung der Bewerber ein Anonym und die Städte nicht in Köln das ist der Ehrenmann Kostkottschreiber der Tanz er kommt dann mal regelt es die laufteam aber nicht die tieflich mit uns ja halt so optiker natürlich hat natürlich kommt jemand mit smg ja bestimmt das spiel ich gleich mit dem weniger habe ich noch ein bisschen gefüsse ich halte schießt ja mit mir an da bist du bei mir das scheiß lebkuchen wird der ich habe auch die fischskinten den fisch habe ich gerade gekriegt er hat sich runter zu machen und ich will den Titel und Daten wer braucht mich aber auch noch unter und das ist da wo unten geht ab du siehst doch sein Name und Wie überlebt er das, Digger? Gabi? Maginia? Wo ist der Typ, mit dem er uns teamt? Keine Ahnung. Oh Gott, der ist so schlecht, dieser 100er, das geht nicht durchstehen. Oh Gott, schau, schau, schau. Oh Gott, schau, 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 gut, wie viel vor ihm. So schlecht, Alter. Ja, Digger. Kann der Typ, wo Mason überleben. Mit Spaß. Scheiße, MP-Sprayer. Hat Schlachtenhund, aber sprayt mit MP rauf. Unverdient, dieser Schlachtenhund, Unverdient. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf das Game. Ben, nicht den Fisch, nicht den Fisch, nein, das ist mein Bruder. Ja. Das ist die Sondersohn. Nein. Ja, guck, der versteht mich, ne, ich zieh mich mit dem. Spawn-Killer. 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 Guck, wir sind... Ich spawne instant und werde... Ich spawne und werde instant gekillt. Junge, wie ehra noch. Ich spawne aus. Ja, guck! Ich spawne mal aus. Neurgel! Ich spawne... Ich spawne ... Not. Ja, Digga, ich hasse die. Ich habe keinen aim mehr. Lass mal jetzt was anderes stehen. Warte. Oh, nee, Junge, da kommt der Fisch, der ist so schlecht. Ja, mein Bruder. Ich team nicht mit dem Flüschalter. Kannst du vergessen. Junge, aber ab jetzt werde ich alle kennen. Auch die mit dem Team. Ich kenn alle. Ich team mit ihm auf einmal. Ich team mit ihm auf einmal. Ja, er spielt Duelkistel. Gott, er spielt Duelkistel. Er spielt Duelkistel, Alter. Die Lübe war für 2020, Alter. Er spielt Duelkistel, du bist ein großer Spot, Alter. Er ist so ein Dreckspot, Alter. Keiner Hundesohn. Er spielt Duelkistel, Alter. Er spielt Duelkistel. Er spielt Duelkistel, Alter. Er spielt Duelkistel. Er spielt Duelkistel, Alter. Er spielt Duelkistel da hinten. Ja. Ist das der Fisch? Ja. Und der Wolfskin. Und der Wolf. Du musst direkt sneaken bei uns, wenn du die willst. Kommt alle rein, kommen alle rein! Hurensohn, kill ihn! Kill ihn! Ja, er hat doch gar keinen Bock mehr auf dich! Nee, ich kill ihn jetzt! Kill mal diesen Mitch-Bot! Der ist sowieso gekillt worden! Ja, der ist wieder bei uns! Oh ne, nicht wieder dieser Mitch-Bot, Alter! Das ist nur so ne Sohn! Digga, er sprangt! Er sprangt! Er sprangt! Er sprangt! Digger-Boer! und dieser so ein bisschen hier der schlacht die das ist wo ich muss gucken oder ist mit warte kurz ich habe ihn geklärt, komm her wir bleiben wir bleiben die das ist so unfair der scheiß hoch und so ist wieder da der Wolfsgen er lasst du es ist der fünfte muss der fünfte scannt der nimmt frei keine freundschaftsanfrage das ist ja das steht an blablabla nun keine freundschaftsanfrage an hast du versucht zu erledigen ja habe ich wie viel kürzer zu werden 25 25 25 jetzt gleich 26 welcher ist doch mal der anonyme ja los kompletten uns verlassen ich habe den tippen aber er hat mich auch gegründet hat sich 25 hat verlassen ich habe zum ersten mal ihren namen richtig gesagt sagt ja was hat sie geschrieben sagt wo er war schreibt einmal umkommen musste was sagen mutter ich bin erfreut sich gar wichtig ja ich dachte nur die kurzen fragt ob sie an kommt war vielleicht nur ihr handy kaputt oder so mal schick was heißt das eigentlich mal schick du bastard ist gut hast du dir eingeladen hier sie ist online schreibt mir ich habe geschrieben ist angekommen aber die dies störtlich kann man auch mal gucken kann ob der umkommt das ist die schlüpfen die galt Ist Peter Stein Leo online? Ja, ja. Ja, der ist online. Lukas, komm online. Ich bin online. Was? Ich bin online. Wie heißt du in Game? Äh, der in Game heißt mich, wie heißt du? Ray, ich such dich gerade. Warte mal. Reflex Mutiger. Ja, genau. Aber ich bin schon so weit, denn ich bin gerade noch nicht. Jawohl, ich such dich gerade. Wenn da oben jetzt falle ich mich raus, dann ziehe ich aus der Außen. Ey, du bist, also ich finde dich bei mir nicht. Ja, boah. Ja, boah. Ja, grüß. Oh, Junge. Ey, ruf mich an, ich stumm dich kurz, okay? Warte, warte. Ey, sag er, sag er, soll er schreiben, das ist zu laut. Warte. 0,9. L groß. Okay. Geht nicht. Oma, mach das jetzt mal. Leg mal auf, er sagt, er soll wieder schreiben. Ey, Lukas. Ey, Lukas. Ach, Junge. P. 2e. Ehrl. P. Klein. Z. Y. Unterstrich. 1, O, N, E 1, O, N, E 2, O, N, E 4, O, N 1, N, E Ja, ich kicke die andere. Nein, geht mir. Ey, ey, Gellis, ich skinneide auf einmal in andere, fahr an hier. Nein. Kleines ist L, kleines ist E, oder? Hallo, kleines ist L, kleines ist E, oder? Ja, hab ich. Und dann X, klein. Ja, unterstrich. Okay, warte. Ach, hab ich. Also, ich leg auf. So. Ach Junge, ich wollte... Was? Die kommt nicht um. Ich wollte gerade mit der Arena durchschocken. Deswegen habe ich gerade mich aufgewärmt. Ey, die kommt nicht um. Was? Die hat keinen Bock anzukommen. Ja, drück bald. Die Johnny gleich nach. Warum? Er kann bei uns reinkommen. Ja, er ist in der Runde. Ja, egal. Der kann ja den Hanschen gleich einladen. Lieber gehen wir... Lieber gehen wir bei ihm rein, mal die Runde. Egal, mir ist es egal, weil wenn er Gruppenanführer bist, dann fühle ich mich nicht so wohl. Okay. Dann werden wir halt einsehen. So als Arena. Äh. Das ist so dumm, wie ich von Arena mit dem größten Schwitzer auf der C. Arena ist... Arena geht nicht. Du bist bereit. Habe ich, aber Arena geht nicht. Das geht bei mir. Ja. Das geht nicht. Bei mir geht Arena nicht. Du bist dran, du kannst nicht so spielen und es derzeit nicht spielen. Ja. Da… Ah ja, guck mal! Du. Was? Guck mal, ob es die als Beschreibung gemacht hat, Bojan. Warte. Ich muss es mit löschen... Ach so, wie du... warum das schon ja dann ist die nummer gesehen hätte es verliert von wem wohl modell warum juckt mich ihre nummer es gibt gleich ja ich leh das nicht verdurrt du hast es falsch gemacht ich hoffe es sehen also guck mal in meine Beschreibung rein in Whatsapp guck mal was ich da hab da steht einfach 30.12.2019 mit Herzen außen ich dachte schon wer ist B da hab ich realisiert dass ich ja Ben genannt wird ey Ben hast du das Video gesehen auf Tiktok was ich dich geschickt hab nein da die haben so einen breiten Tüten so richtig breit sind und dann dachte man bei den hessenden Brei ey kann ich Mundengel fahrer schon nein warum ich dachte das macht man nicht weil ich mach das so bei Leuten die das verdient haben ja sie hat auch von mir aus verdient weil sie mich gekickt hat und das weiß ich immer noch und das werde ich nie vergessen das ist ein halberes alles weil ich doch ich bin wecker ich weiß ich weiß ich weiß ich bin mal nicht ich hätte ihre nummer glaube ich bin ein 30er das ist ein halberes alles er hat mir so in den arsch geschossen ich hatte ich hab hier hat der diga will ich und ich hab noch nicht meine sache mit ihrer mutter schlafen was steht da S S B S plus B S plus B S plus B ich hab jetzt nicht gewusst wer B ist ich hab ich realisiert scheiße ich werd ja Ben genannt wie sagt man wie heißt sie in echt Stella so also S für Stella und B für Ben oder wie ja so ich hab hier ja ey dieser scheiß Handy spieler also ich mach den jetzt so down ich hab den eingeladen ich hab den eingeladen Handy bot alter Jungen munter hat alles fallen ich hab gar keinen bock vom nein ich hab ich hab ich schwöre sogar ich hab einen Hacker ich weiß ich hab auch einen wie heißt der P U S H 3 E er und noch irgendein komisches smiley ich kann ich kann ihn gleich einladen also ich kann ihn gleich wieder anrufen und sagen er hat gesagt ob ich das Programm möchte dass ich dieses Video hab